Willkommen meine lieben Freunde zu CSGO, also Counter Strike Global Offensive mit dem Pada, mit dem Rampage, mit dem Ferb, mit dem Ray und wir dem Mushroom. So, was hat halbe Ewigkeit gedauert, bis wir das Spiel starten konnten? Alter! Servus. Ich war schuld. Tut mir leid. Wir gehen A oder was? Wer hat denn die Bombe von euch? Wo ist A? Aber... Wo seid ihr? Da wo die Minimap oben A ist. Bei mir hat die Steuerung mich übernommen. Wow, ich hab schon eine Granate kassiert. Ja. Ne, Moment. Ihr könnt übrigens zwischen den Personen hin und her schalten, gell? Da steht sie! Ah fuck! Alter ist tot. Ich hab einen. Einen hab ich. Also Freund, ja ich bin mega schlecht. Also ihr dürft jetzt hier nichts erwarten von mir. Doch, erwarte ich aber. Wie viele Kills? Mindestens einen. Scheiße. Einen hab ich schon gemacht, jawoll. Paada, ich geh rein. Ich schau mal Paada zu, weil er ja ein Profi ist. Der Joker hat mich getötet. Hab einen. Super, Fabi. Wir haben extra Paada ins Boot geholt, weil er ein bisschen hier Profi-like ist. Oh, bitte! Ah! Darf ich auch nichts sagen, wenn ich dort bin? Pssst, 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 pssst. Einfachse aus. Haa… Ah, in-stand Karma. Höchst! vista in، Klux quo! Kauft ihr jetzt schon? Kauft ihr jetzt schon oder macht ihrs noch? Ja, jetzt kannst du kauf.. Ey, das ist ein Gelegenheitsspiel, kannst du ruhig. Kaye einfach sonst h кварти Hupen. Kannst du auf payment! Ick auf die O&P! Blend und rauch. B一樣! Scheiße! Geiiil, ey. Bader, wo bist du? Wie viel sind wir eigentlich? Viel zu viel sind wir. Wir sind irgendwie 100 gegen 100. 10-10 ist normales Gelegenheitsspiel. Oh Gott, ist ja furchtbar. Willst du alle da rein huschen? Es geht ab, es geht ab da drin. Es geht ab da drin. Oh, nice. Sehr gut. Wer hat da geflasht gerade? Ja eben, ich wollte auch gerade sagen. Mich hat es übel geflasht. Wie sieht es aus da drin? Kommt ihr klar? So viele tote CS hier. Rechts ist einer, rechts ist einer. Den hat er jetzt voll weggehauen. Ihr habt doch gesagt, rechts ist einer, einer. Warte, warte, warte. Warte, ich blend. What? Hab ihn. Nice, ich habe noch einen Assist gekriegt. Der letzte ist auf A. Nice. Nice. D-backing erstmal. Ja, sag mal. Ray, zwei Kids gemacht, die Runde. Es geht doch, Jungs, es geht doch. Läuft, Ray. Läuft. Pro 90 sagst du, oder was? Messer, 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 Messer. Wieso kann ich als... Weder alle A oder wie? Nein, ich gebe ihm Ray. Nein! Alle F2, alle F2! Was, alle F2? Nathamon bites the Dust. Alle F2. Boah, ganz viele Banane. F2 drücken, nicht F2. Als Kommando oder so. Weißt du, was ich weiß? F2-Taktik. 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 Alter, noch einer hinten. Hier ist noch einer hinten bei uns am Sporn. Ja, die kommen über Mitte. Komm mit. Schön gemacht, Vater. Ich bin down, du Assi. Ah, du hast einen Assist bekommst. Entschuldigung. Ist das alles tot oder was von uns? Ja. Wie kann man Flammen verwenden? Es geht Molotov. Es geht Molotov-Cocktailwerfen. Ja, lässig. Wie kann man Flammen verwenden? Ja. Feuerzeugatolien mit Halt. Du musst dich hochskillen. Du musst den Flammenwerfer kaufen. Du musst erst den Zauberer finden. Da kannst du dich hochskillen. Oder mit drei magischen Ohren. F90 Super Noob Action. Taucht dir was? Ey, die weißen Masken. Ich komm irgendwie nicht so klar auf die, ne? Okay. Denkt euch auch dran, mal ein paar Granaten zu kaufen. Die sind nämlich wichtig. Die Smokes oder sowas zum Beispiel. Mitte, Mitte, Mitte. Die vergesse ich eh zu werfen. Ah, guck mal. Beide mit dem Headshot. Klage macht die Ludwigs, ey. Alter. Pader. Äh. Das gibt es nicht, Mann. Ich will sie ihm voll anbauen und er geht nicht down. 79 Schaden. Ah, wie ärgerlich. Fick dich, du Mixer. Bananen-Kakao, Mann. Bananen-Kakao? Ja, Mann. So heißt der. Achso. Ich dachte, das wäre auch einen rassistischen. Naja. Nein. Sauber gemacht. Siehst du da noch einen? Ne. Ich fahr mal mit meinem Pferd zu. Hup. 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 Sieht gut aus. Bei mir ist einer. Hahaha. Der wird jetzt sterben. Komm schon. Komm raus, du. Fabi, hast du die Bombe, oder was? Nein. Oh, fuck. Wow. Ah, der leckt mich doch, ey. Den habe ich nicht gesehen, alter, gell. Ah, die waren da oben auf dem Balkon. Okay. Kopf. Hey, kennt ihr aus Django die Szene, als sie, ähm, da die selber gebauten Masken tragen? Ja. Genau so sehen die aus. Sauber, Pader. Dann fang mal an zu reklamieren. Ja, hallo. Hallo, Hengi. Fabi hat bestimmt eine Frau gemacht. Ja, wahrscheinlich. Rage ist schon lange tot, oder wie? Ja, ihr habt mich am Stich gelassen. Ich bin da vorne und ihr seid alle umgekehrt. Die Pixel, die Pixel hätten mich schon down. Du bist genauso down. Mhm. Dabei habe ich schon 10 Kills gemacht. Halt's, Marco. Guck mal den Pro an, Alter. Ja, ja, ja. Ich habe 4 Kills? Ja. Was? Ja, okay, besser als Fabian. Yeah. Äh, bitte? Du musst mich erst mal aufwärmen hier, hallo. Ja, warte, du sagst es, alter. Ja. Aber egal. Zehn Jahre, kein CS mehr gespielt, gefühlt. Ja, Mann. Schon wieder verloren? Nee, gewonnen. Nein, gewonnen. Bin gerade unkonzentriert, irgendwie. Hört alles, was du sagst, ist er. Mhm. Mal gar keinen Kevlar oder so kaufen, ist das ja auch. AK Action, Mann. Musst du nicht im Gelegenheitsspiel. Boah, ist ja voll Noob hier. Hast du automatisch, ja, ja. Kevlar. Kevlar. Ja, weil das Huhn wegkommt. Franzose-Helmet hier, in dem Fall. Die Jango-Maske. Grenade! Ich hab die, äh, die Bombe. Alter, ich wurde geflasht, boah! Boom, bitch! Bin's geil, wie keiner den Detekt. Get out of the way. Get out of the way, bitch. Get out of the way. Hast du reingeworfen, oder was? Alter, leck mich deinem Schuh. Ja, warte mal. Boom, bitch. Soll ich mal gucken? Nee, 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 nee. Aber ganz ehrlich, wieso haben da alle immer diese ABP, eh? Hinter dir! Ach, come on, ey. Mach schon im Hintergrund, dreh dich um, Mann! Scheiße, Cheater-Waffe. Ja, du musst gar nicht hinter mir, Mann! Ich decke hinter dir. Pass auf, hier kommt jetzt gleich einer raus. Sicher? Ja, hundertprozentig. Ich werd' gar nicht gucken. Aber Pader, Mann! So deckst du mich also? Ich hab' dein Mann zwei! Du hast auf mich geschossen, Mann! Ich hab' beide gekillt, Alter. Ich kann doch nicht alle gleichzeitig töten. So deckst du dich also. Ja. Soll ich das AFK irgendwie? Das nächste Mal stell' dich mit dem Rücken, stell' dich mal mit dem Rücken gegen den Heuballenwagen da, weil da sieht sich keiner, wenn er von der Mitte auskommt. Okay. Soll ich's rauswerfen? Ja, drück' F1. F1 hat dich! Jetzt bewegt er sich nicht! Du spät, bitch! Ja, wir sind zu spät, ja. Tja, move, bitch, ne? Get out of the way. Ja, Mann! Krass! Get out of the way, bitch! Get out of the way! Boah, fuck! Ich hab' die Bombe! Was mach' ich? Du kannst die auch wegschmeißen, Junge! Hätt' ihr das denn, wenn die, wenn die im Radio so Songtexte vorlesen und die dann übersetzen ins Deutsche? Move, bitch! Get out the way! Das machen die auch immer in so'n, in so'n geilen, in so'n geilen Sprache! Ja, ja! Beweg' dich, Nutte! Geh' aus dem Weg! Meine, die haben auch mal so'n Ding von 50 Cent irgendwie mal vorgelegt! Das ist so'n richtig kranke Scheiße! Ich bin der Win... Der Wintershopper, ja? Übersetzt mal! Du blöder Sackgesicht! Okay, vor allem, sie merken die als erstes da unten. Ich mach' irgendwas falsch! Ey, ihr dürft' nicht so da vorne rushen! Ihr müsst' mal ein bisschen abpassen! Da ist Abblick, Alter! Da rusht man immer! Wo ist Pada? Pada! Tod! Pada! 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 Eins haben wir, Wolf! Lauf sicherlich noch einer! Ah ne, Fabi gibt's auch noch! Nicht mehr! Ne, Fabi ist der letzte... Ich hab' mal die Bombe gelegt! Mach' mal ruhig! Mach' mal ruhig! Aber die holen sie! Gerade! Pada! Heiße! Ich wollt' nur saven! So! Wenn sie die Bombe entschaffen, ist fertig! Jaja! Na okay! Ja! Nein! Das war mein Huhn! Voller Tierquäler, Pada! AK! Action! Nein! Wie gesagt, rush nicht direkt nach vorne zu den Gegnern rein! Halt's auf! Also Pada! Pada! Rusher! Hörst du? Ah, rush! Er soll, er soll rush! Smoke mal oben, äh... Window ab! Smoke! Äh, äh, äh... Pada, wo bist du? Na oben lang, da drinnen? Wie schön ist der erste, der tot ist, Alter! Ja, heute, heute hab' ja echt's luck! Heute hab' ja echt's luck! Ray direkt gerusht! Nein! Ich bin überhaupt nicht gerusht! Alter! Woah, woah! I lost some spawned, by the way! Is down! Yes! Ich hab' einen gekillt, Mann! Geh' ja nicht raus! So, jetzt spielen wir mal richtig! Pfff! Alter, das kitz' dich mal! Wie viel die schlucken, Mann! Oh, Mann! 85 hat er nur noch! Oh, wie ärgerlich! Man, der gibt mir halt auch noch drei Treffer, Alter! Ruhig! Hoppla! Nix! Sauber! Alter, lass, ey, das... Das wird nix! Da war einer! Hab' ich gehört! Ah! Das sagte er und viel um! Ne, da war aber auch einer! Den hab' ich gehört, die Lampe... Den hab' ich genau gehört! Alter, was für Profis! Einfach mal! Pfff! Was tue ich mir eigentlich hier nur an, Mann! Ja! Das fragen wir uns gerade alle! Deswegen nehmen wir's ja auf, weil wir so Bros sind! Ja! Oh, ich bin unter Fabian, Alter! Oh, ne Bits! Unter mir! Was für ne Schande! Mann, ein Zweider! Nice! Mit vier Kills, Alter! Ja, schau mal was für ne schäbige Statistik! Mit vier Kills, aber ich! Wie peinlich! Pader, Alter! Pader hat kein normales Leben, ne? Alter, Mann! Ne, absolut nicht, Mann! Krass! Kauf dir mal real life, Pader! Kauf dir mal ein bisschen real life, ey! Bisschen! 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 Bisschen ist gut! Pader, ich folg dir mal! Guck mal, von hier aus machst du? Alter, der ermessert dich, Ray! Ja, ich weiß! Hast du gesehen, was ich da gemacht habe? Du hast gerade die Molotov wieder reingeworfen, oder was? Ja! Und was bringt das jetzt? Da ist einer, dass einer trinkt, gell? So, jetzt schmeich noch mal, genau, jetzt schmeich noch mal den Smoke rein, der zieht uns nicht mehr! Hast du ihn? Nein! Nein, 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 nein! Ich will nur mal ein bisschen Stress machen! Puh, ist geil! Ich will mal ein bisschen reinfeuern, ab und du triffst immer einen! Ray macht einen Kill! Ray! Mit der Afe, Alter! Hä? Aua, ich hab mal auf den Sack weggekommen! Nein, doch nicht! Fuck! Hab ich! Ach, Mann! Wir sollten die Scheiß-Meldung mit der Bombe aufnehmen! Immer wenn man hier um die Ecke läuft, schießt die sofort ins... Ah! Wo? Von wo, Pader? Komm, schnell, komm, schnell, komm, schnell, komm, schnell, komm, schnell! Ich bewach mal hier die Tür! Ja, genau! Bleib einfach da! Oh, sorry! Aua! Sorry! Es gibt keinen Team-Schaden! Alter, erst mal mich anschießen, gell? Pssst! 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 Alter, aber... Nice! Das sah als einfach göttlich aus! Ach, wie gut er mich einfach, Alter! Wollte mich verarschen, Mann! Ja, genau! Achtung! Ähh! Alter, nice! Ja! Ich hab nen Assist gekriegt! Pader wurde ja als Kind zur Militärschule geschickt, das weiß ja keiner... Da hat er den Freischwimmer gemacht Ist doch scheiße man Ein bisschen sparen hier Sparrunde Macht man auch häufig Damit man sich dann in der nächsten Runde Besser Waffen kaufen könnt Aber kleiner Tipp Wenn ihr Sparrunde macht Dann haltet euch ein bisschen nach hinten Dann falls nämlich ein Teamkamerade umfällt Dann könnt ihr euch die Waffe einfach kreien Darf man doch nicht Krass wir alle sich hier vercampen Was? Das ist doch scheiße Alle am Spawn hier rumvercampen Das ist doch scheiße Ja aber Deswegen mag ich Public gar nicht Ja wir können auch ein Rank machen Aber dann müsst ihr erst mal aufleveln Oh das funktioniert nicht Junge Hier kommt Banane Banane ist rechts bei B Bitch Hab ihn Der ist da Ich Oh Rampage Pass auf Die kommen jetzt da lang Wollen wir wetten Mach schon Geh mal rein Da Erstes Down Okay Wir sind in der Überzahl Leute Drei Leute noch Dann haben wir es Komm das schaffen wir Wo ist der andere Da ist der Linken Boah f*** dich doch ey Der hat eine Arbe gehabt ey Die mit ihren Arben ey Wo war der Hab ich War das der Leute Ja das war er Banane Ja das war er Der ist da Aber lang Banane Wo ist der letzte Auf B Ich hab doch gedrückt Auf B ist er Alle rüber Okay Nice Ich hab nichts geschissen Dieser Runde Egal Wer bei der Wer das erste Acht Runden gewonnen hat Dann ist das Spiel vorbei Was Acht Runden ja Ja Da haben wir ja schon Fast vorbei Da haben wir ja schon Fast Da haben wir ja schon fast Da haben wir ja schon fast Angefangen richtig zu spielen Ja So sieht's aus So sieht's aus Das harte Leben Dann zieht's nicht so In die Länge Ein abgesägte Schrotflinte Wie geil ist das Die ist scheiße Leck mich doch Die ist mega scheiße Ich nimm's ja aber Ja Und ich mache jetzt Minus 5 Kills Ich zeig's dir Oh Okay Oder nicht Alles klar Da oben ist einer Der Fabi Hat der Fabi Hat Kentucky Fried Chicken And der Fabi Oh Gott Alter wie schnell der ist Leck mich am Arsch Wie alt sind die 14 Solche Reflexe Übel Boah Alter Das sind zwei Treffer Mann Das sind die Täglichen Masturbationen Die haben solche Reflexe Verdammt What Ich guck mal dem Dann gucke ich mal zu Ey wie kann ich wieder Ray 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 links war einer Ja ich weiß Oh da ist ja noch einer Boah Alter geht mir das So auf den Sack Ey mit denen Ja Eure Teammates gehen Mit der Bombe auf B Vielleicht solltet ihr unterstützen Nice auf einer links Jungs Ray pass auf Hast du gesehen Ja Der ist doch immer noch da Ach Gott Alter Mitte war der Geht ja gar nichts Wider Hier hat er noch Schön Dondo Jetzt geht es doch mal los oder was Jetzt holen wir sie verdammt nochmal Hauptfolie Jagd Puh Ich kriegt halt nichts Geschissen Ach Ich auch nicht Ich habe irgendwie nichts mehr zum Ausgeben Ey wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen DSCO zu spielen Ja frag mich Ich hatte die Idee Das war eine richtig dumme Idee Nein die Idee war nicht dumm Ich finde das geil Dann habe ich eigentlich mal ein paar Leute zu spielen Ich spiele sonst mit mir immer alleine Oh 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 Was Oh War hat er dich jetzt weggemacht Ich mich jetzt verarschen Okay Merke geh nicht in den Nebel Du wirst sterben Fick dich Alter Das ist wie bei Dark Souls Ohne Witz gell Durch die Nebelwand Oh Oh shit Wie bei der Fog Oh fuck ey Oder wie im Coffeeshop in Amsterdam Das kann man ruhig mal durchgehen Was Ja Pader chillt sein Leben Ganz alleine Sein Team ist kaputt Er ist ganz alleine Ja was soll ich machen Du bist aber an der falschen Stelle Pader So einfach ist das Er steht da allein in der Kammer oben Da jagen mich jetzt Seid mal ruhig kurz Komm Pader Was machst du? Pst Mit einer Django Maske Hat dich doch gesehen da drüben Nein Hat dich nie gesehen Nice Hört aus Das Leben ja nur noch 7 Go Pader Sie haben dich gesehen Sie wissen wo du bist Lass sie kommen Steck doch die Knarke einfach in deinen Mund Alter Alter Holt er sie jetzt alle sagst du Was macht er ey Das wär jetzt so geil Alter Und jagt mich Komm und holt mich ihr Schweine Der kommt jetzt hier hoch Höre ich Links kommt auch einer Ja Oh Ja aber Ja das war's gell Ja das war's gell Ja Bei der Map ist's halt scheiße als Tee Muss man aber auch wirklich sagen Ja das ist auch eine Tee Map Ja das ist auch eine Tee Map Das stimmt Alter holt er mit der Aave Da hast du mal drei Leute weg Was sagst du? Ja find ich gut Ja jetzt wollte ich seine Aave nehmen weißt Und irgendein Depp von uns wirft den Nate hin Dass die Aave zu denen fliegt Super geile Aktionen doch Alle oben sind richtig viele Jetzt steht da eine Aave von denen Ich kann da gar nichts machen Jeiss Richtig gut Ich rücke vor Keine Bitch alter Komm es sind nur noch vier Leute Die Hälfte wie wir Schaff mal Oh Gott Wer aber gleich tot hat noch sieben Alter Alter der hat vor mir runter geflogen Kam schon zwei Leute noch Wo? Fuck Sorry Einer Leute ihr habt ne Mini Map oben Einer noch Komm Der letzte ist B Kommt auf A Kommt auf A A ist frei Alter Los leg die Bombe Leg die Bombe Leg die Bombe Da ist doch einer auf B Die ist auf B die Bombe Achso Alles klar Nicht steppen Hinter mir Wer hinter mir ist nicht steppen Geh da mit der Aave Und chill sichs Leben schön Der kommt jetzt Der wollte mal ne Falle laufen What's up Oh nicht hier gucken Ich will den haben Müsste ja lappen Hey Yes Pardo die kleine Bitch Geil 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 Geist du ab oder was? Und wenn man eigentlich nicht als zwei Flashes haben Wieso kann man das nicht mehr haben? Boah ich hab mal ne Runde überlebt Gibt's das? Geht auch nur im Wettkampf Da kannst du vier Flashes Da kannst du zwei Flashes haben Zwei Flashes Ist das hier so scheiße Beziehungsweise Vier Granaten Warte wo bist du? Ich bin wieder da an der Stelle wo ich immer bin Ho Her Im Revolver Alter Ist das eigentlich genervt das Ding Da war doch mal irgendwas Der Revolver der ist mega scheiße Ja Das was du meinst war die CZ und oh Gott Alter jetzt hat der mich gedrückt das Arschloch man Alter, wer hat mich dort geflasht Komm schon, Jungs Einer ist hinter uns Okay, von hinten, von hinten Wo war der? Wo war der? Hinter uns Oben auf dem Balkon da Ich folge mir den Kerl hier Ist nur noch einer, gell? Go, 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 Leute Der ist zwischen A Lauf, lauf Ich hole eine, weil ihr seid Ach, Mann Alter, gibt's das? Schlechte CS-Runde, die ich je gespielt hab Aufnahme-Nervösität, glaub ich Ich hab Bombe, Alter Komm schon, das schaffen wir noch Jawoll, ey Auf den Fallen schaffen wir das Ja, wir verkacken jetzt dann eine Runde Nein Alter, wieso haben die Höhlechen eigentlich scheiß Ohren auf? You must believe Kaff mal jetzt, Leute Das Hühnchen wurde grad weggeschossen von meinen Augen Ja, das war echt, tut mir leid Ich wusste nicht, dass du da so empfindlich bist Armes Hühnchen Oben sind welche im Gebäude drinne Okay Drei Leute Ah, da hinten, kommen sie, okay Ah, da hinten kommen sie, okay Scheiße Einer noch, Leute Nein Der ist drinne? Der ist drinne, ja Nice Nice Ja, Mann Alter, holen wir uns das noch, oder was? Sagst du? Alter Ich bin einfach zweit letzter, Alter Der Pod ist unser So Jetzt darf ich endlich das erste Mal auch AK spielen Ich hätte ja auch eine kaufen können, hättest du nur sagen müssen Ich hab genug Kohle, ich kann jedem von euch AK kaufen Ich hab ja noch eine Flash Soll ich nicht sollen mit euch schmeißen Ich hab auch immer gerne geübt Aber ich kaufe auch nie Granaten Nee Was? Das ist mir das wichtigste im Spiel Arnold Ach, warum immer auf mich als erstes? Hab ich den gröschen Kopf, oder was? Einfacher zu tun Alter, leck mich doch hin Oh, shit Der war bös geworfen, ja Das wird schwierig noch werden zu gewinnen Aua Ja, Mann Nein Scheiße Maschrum Oder auch nicht Ah, so knapp, ey Leute, da mit der Afe rein, Mann Ja, und tschüss Dann leg ich mich schlafen Ja, Kichle Witzig Geil War aber knapp Aber ja, trotzdem verloren Scheiße Das ist weiter, geht ab Hab ich gehört Jo, Freunde, vielen Dank fürs Zusehen Ja Bis zum nächsten Mal Tschüss, mach's gut Tschau Tschüss Gut Jah